Matthias Abel ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere In seiner Jugendzeit spielte der Verteidiger für den 1. FC Kaiserslautern und wechselte 1998 zu Eintracht Bad Kreuznach. Von Januar 2001 bis 2002 stand er bei Borussia Dortmund unter Vertrag, für deren Amateure er in der Regionalliga spielte. Ab der Saison 2002-03 schloss der Pfälzer sich aus privaten Gründen dem Nahe seiner Heimatspielenden damaligen Zweitligisten 1. FSV Mainz 05 an, der bereits zwei Jahre zuvor an Abel interessiert gewesen war. In Mainz war Abel ursprünglich für die Oberligamannschaft vorgesehen, wurde aber dann Stammspieler bei den Profis. Er spielte anfangs in der Innenverteidigung und dann in der Rückrunde als rechter Verteidiger. Ein Kreuzbandriss im Februar 2004 zwang Abel zu einer sechsmonatigen Pause. Nach dem Bundesliga-Aufstieg der Mainzer fand der Verteidiger wieder ins Team zurück. Nach einer durchwachsenen Vorrunde wurde er gegen Saisonende für den FC Schalke 04 interessant. Der bereits im Sommer 2005 einen ab Juli 2006 und bis 2010 laufenden Vertrag mit Abel abschloss. Aufgrund einer langwierigen Rückenverletzung verlor Abel in der Saison 2005 06 seinen Stammplatz bei den Mainzern. Beim FC Schalke 04 kam er in den ersten 18 Spielen der Saison 2006 07 lediglich einmal zum Einsatz und wechselte am 31. Januar 2007 auf Leihbasis. Mit einer Kaufoption am Saisonende zum Hamburger SV. Aber auch beim HSV brachte er es nur auf sieben Einsätze. Da der HSV die Kaufoption nicht nutzte, kehrte Abel in der Saison 2007 08 wieder zum FC Schalke 04 zurück. Allerdings erlitt er am 10. September 2007 einen Kreuzbandriss und kam in der gesamten Spielzeit nicht zum Einsatz. Zur Saison 2008 09 kehrte Abel ablösefrei zum 1. FC Kaiserslautern zurück, bei dem er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. Aufgrund seines dritten Kreuzbandrisses kam er erst nach zwei Jahren zu seinem Pflichtspieldebüt. Zuvor hatte er in der zweiten Mannschaft gespielt. Begünstigt durch die Verletzung seiner Konkurrenten in der Innenverteidigung Rotnay und Jan Simonek stand er ab Mitte der Hinrunde der Saison. 2010 11. in der Startelf. Zu Beginn der Rückrunde wurde er allerdings durch Rotnay wieder verdrängt. Konnte allerdings im weiteren Verlauf der Rückrunde Martin Amedick aus der Startelf verdrängen. Im Spiel gegen den SC Freiburg am 26. Spieltag trug er erstmals die Kapitänsbinde. Nach der Saison 2012 13. verließ Abel den 1. FC Kaiserslautern, nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert worden war. Nach über einem Jahr Vereinslosigkeit beendete er im Jahre 2014 seine Karriere und wurde im November 2014 in den Aufsichtsrat des FCK gewählt. Verlangen von Leihendohum